Tiere haben keine Stimme, daher hörst du meine. Hallo. Ja, hallo. Hallo, bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen wird, dass ihr die Poker geladen wird? Na klar, na klar, na klar. Ja, bist du vegan? Nein, leider nicht, warum? Darf man Tiere essen? Also, ich find's, weißt du, stell dir mal vor, du bist so ein armer Junge, war? Ne, so ein halt, so ein Typ, so ein kleiner Junge, der halt von seiner, von seiner, von seinen Eltern einfach abgeschoben wurde, weißt du? Der wird einfach ausgesperrt, weißt du? Und wenn jetzt zum Beispiel, mhm, eine Maus oder, weißt du, oder irgendwas, was du halt essen kannst, halt ess, Bruder. Ich mein, ich würd dann schon so essen, weißt du? Also, ich bin jetzt, ich, also ich esse jetzt nicht so viel Fleisch, Bruder, aber ich würd halt wirklich viel Fleisch essen, wenn's halt um mein Leben geht, weißt du? Mhm. Willst du meine Frage beantworten? Ja, gerne. Ja, darf man Tiere essen? Ähm, also eigentlich nicht, ne, warum? Aber, aber auch schon, ja. Darf man Tiere essen? Darf man schon, ja. Okay. Und dürfte man genauso Menschen essen? Ähm, ich mein, ne, also ich, 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 ich würd schon nein sagen, Bruder, weil Menschen sind, weißt du, ich mein, du würdest ja als, ey, hast du eine Freundin? Nee. Okay. Ja, aber guck mal, weil, Bruder, du, also ich würd nein sagen, Bruder, weil du würdest nicht deine Freundin oder generell deine Familie aufessen. Mhm. Okay, also man darf Tiere essen, Menschen aber nicht, ist das korrekt? Ist korrekt, genau. Ja, nenn mal den Eigenschaftsunterschied. Der Eigenschaftsunterschied ist, dass man, ähm, dass die Menschen viel intelligenter sind, weißt du, die Menschen haben was drauf. Tiere sind, Tiere sind da, also auch um zu leben und, weißt du, ohne Tiere wären wir hier gar nicht da, weißt du, weil Bienen und so, die machen ja hier den Nektar und so, weißt du, ohne das wären wir einfach nicht da, weißt du, was ich mein? Aber, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt eine Kuh hast, ne, und zum Beispiel jetzt ein Bauer bist, ne, und du halt Schenken machen möchtest, Bruder, also, ich mein schon. Also, mein Wald, ja, ja. Okay, also der Eigenschaftsunterschied ist, weil Menschen intelligenter sind? Nicht nur das, da gibt's noch sehr viel mehr, Bruder, also, da gibt's sehr viel mehr, also, ich mein, Menschen sind dazu da, um Freude zu bereiten und so, weißt du, aber Tiere, ich mein, ich hab ja selber einen Hund oder eine Katze, ich würd die niemals aufessen, weißt du, das sind halt meine beiden, ähm, Lebensgefährten, die bleiben immer, ähm, die bleiben halt immer an meiner Seite, weißt du, was ich mein? Mhm. Also, okay, also haben wir zwei Unterschiede, weil der Mensch intelligenter ist und weil der Mensch dazu da ist, Freude zu bereiten? Mhm. Das sind die Eigenschaftsunterschiede? Ja. Also, darf man Menschen essen, die genauso intelligent sind wie Tiere und die nicht dazu da sind, Freude zu bereiten? Nope. Widerspruch? Genau. Genau. Hast du einen Eigenschaftsunterschied? Mhm. Mhm. Ja, bist du dann... Doch, einen kleinen, einen kleinen hätte ich da, einen kleinen hätte ich da. Alright. Mhm, Menschen sind einfach, wie soll ich sagen, Menschen sind halt nicht so, wie viele Tiere. Tiere isst man, Menschen nicht. Mhm, du hast keinen Eigenschaftsunterschied genannt. Ich weiß, weil es da auch keinen gibt. Ja, wenn es keinen gibt, dann kann es ja keine Andersbehandlung geben im Essen-Kontext. Naja, doch, eigentlich schon, Bruder, weil, ich meine, vegan zu sein, was bringt dir das eigentlich, wenn ich fragen darf? Weil, guck mal, es gibt mehrere, mehrere Leute, die Fleisch essen, Bruder. Also, es bringt dir nicht, wenn du zum Beispiel jetzt hier in einem Discord sagst, dass du zum Beispiel jedem befehlst, dass er vegan sein soll. Mhm. Mhm, deswegen, also, ich weiß nicht, was dir das jetzt erzählen soll. Also, keine Ahnung, man. Also, du siehst, dass du nicht rechtfertigen kannst, Tierprodukte zu essen? Genau. Ja, findest du das gut? Nö. Ja, du weißt, dass man vielleicht eine Position vertreten sollte, die man verteidigen kann, oder? Mhm. Ja, und du kannst deine Position nicht verteidigen. Wie findest du das? Ich kann schon mal, ich könnte, auf jeden Fall, auf jeden Fall könnte ich meine Position verteidigen. Oh, ja, dann tu das. Hm. Was ist der Eigenschaftsunterschied? Es bringt halt nichts, es bringt halt nichts, weil, guck mal, du willst anderen Leuten sagen, dass die vegan sein sollen, oder? Ja. Oder vegan werden sollen, ne? Aber das bringt dir nichts, guck mal, weil es gibt mindestens alle von diesen 72 Leuten, die wollen einfach nur trollen. Okay. Kannst du deine Position rechtfertigen? Nö. Findest du das gut, dass du das nicht kannst? Mhm, ja, ich war richtig egal, also. Das ist dir egal, also du bist ein schlechter Mensch, du machst Sachen, die du nicht rechtfertigen kannst. Ne, ich bin kein schlechter Mensch. Wenn du deine Position nicht verteidigen, also wenn du deine Gewalt nicht verteidigen kannst, ist das offensichtlich, macht dich das offensichtlich zu einem schlechten Menschen. Also wenn du es sagst, dass ich ein schlechter Mensch bin, dann weiß ich auch nicht. Okay, sollen wir es logisch überprüfen, ob du ein schlechter Mensch bist? Ja, mach mal. Okay, ist jemand ein schlechter Mensch, der Menschen ist? Mh, ja. Und ist jemand ein schlechter Mensch, wenn er Tiere isst? Nein. Nenn den Eigenschaftsunterschied. Ja, was soll man sagen, Menschen sind halt, ich weiß nicht, wie ich dir erklären soll, halt Tiere sind halt eher so, das Essen halt für uns, weißt du, für uns Menschen. Ich meine, manche, also ich würde halt, das Einzige, was ich esse, also das Einzige, was ich an Fleischprodukten esse, ist halt nur Kuh, also halt Schinken oder was anderes, weißt du, aber ich esse halt keinen so Steak oder so, weißt du. Also was ist der Eigenschaftsunterschied, warum man kein schlechter Mensch ist, wenn man Tiere ist, aber ein schlechter Mensch, wenn man Menschen ist? Warte mal, hier schreibt mir gerade irgendjemand. Was hast du gesagt, wenn ich schwanken darf? Du hast gesagt, man ist kein schlechter Mensch, wenn man Tiere isst, aber man ist ein schlechter Mensch, wenn man Menschen isst. Nenn den Eigenschaftsunterschied. Genau. Der Eigenschaftsunterschied, dass man bestraft wird dafür, wenn man Menschen ist. Bei Tiere nicht. Außer, außer die Tiere sind halt jetzt von den Bauern oder so. Okay, wenn man, ist man ein schlechter Mensch, wenn man Menschen isst und es nicht bestraft wird? Hast du gesagt? Ist man ein schlechter Mensch, wenn man Menschen isst und dafür nicht bestraft wird? Also, dass wenn man ein Mensch isst, dass man dann nicht bestraft wird, oder was? Ja. Nein, ich würde nicht sagen. Dann ist man kein schlechter Mensch? Nö. Alright. Also, da haben wir es gehört, er hat einen Widerspruch gebracht, und zwar intelligenter und sind da, um Freude zu bereiten. Dieser Trade-Stack mit diesen zwei Eigenschaften hat zum Widerspruch geführt und danach hat er gesagt, man ist kein schlechter Mensch, wenn man Menschen isst und man dafür nicht bestraft wird. Also, ja, baust du Menschenschlachthäuser und kannst Menschen essen, die nach Hilfe schreien und leben wollen, aber, ja, man ist kein schlechter Mensch, wenn man das macht, wenn es per Gesetz erlaubt ist. Alright. Imagine man redet mit jemandem über Menschenrechte, der nicht an Tierrechte glaubt. Sorry. Imagine man redet mit jemandem über Tierrechte, der nicht an Menschenrechte glaubt. Ich sag ja, die Gespräche werden immer schlimmer. Und dann erzählt er irgendwas, hier sind so viele, die sich trollen wollen und so, ja, und keiner von euch kann seine Position verteidigen. Genau wie ein Vergewaltiger. Ein Vergewaltiger kann seine Position nicht verteidigen, deswegen steckt man ihn ins Gefängnis. Ein Mörder kann seine Position nicht verteidigen, deswegen steckt man ihn ins Gefängnis. Und jemand, der Tiere isst, kann seine Position nicht verteidigen, aber den steckt man nicht ins Gefängnis. Eine Person, die einen Hund in den Backofen steckt, den steckt man ins Gefängnis. Warum? Weil er seine Position nicht verteidigen kann. Du musst vor dem Gericht erklären, warum man Hunde in den Backofen stecken darf, so wie du es gemacht hast. Und dann sagst du, ja, ich weiß ja nicht, es hat mir geschmeckt und die stecken nicht ins Gefängnis. Warum? Und, ja, ihr müsst rechtfertigen, warum man Tiere in den Backofen stecken darf. Nicht Hunde, sondern andere Tiere. Und, genau. Aber klar, wenn man schon die Einstellung hat, man darf, man ist kein schlechter Mensch, wenn man Tier, wenn man Menschenschlachthäuser baut, wenn es per Gesetz erlaubt ist, dann kommt jede Hilfe zu spät. Tiere haben keine Stimme, daher hast du meine. Ich bin Mugo-Stert. Okay, mit Mickey Maus will ich jetzt nicht unbedingt sprechen, weil Mickey Maus kann seine Position nicht verteidigen. Er trägt nämlich schwarze Lederschuhe. Alright. So, Tiere haben keine Stimme, daher hörst du meine. Hallo. Hallo. Bist du okay damit, dass das Gespräch aufnimmt? Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, bist du vegan? Nein. Darf man Tiere essen? Ja. Darf man Menschen essen? Ich denke nicht, nein, wäre nicht so gut. Dann nennt man den Eigenschaftsunterschied. Also, guck mal. In unserer Welt ist es ja nicht so gut, wenn man Menschen essen würde. Weil, guck mal, das macht man ja nicht. Aber Tiere schon. Weil, wir sind ja eigentlich, wir sind so stärker, weißt du? Wir sind überlegener. Verstehst du euch mal? Mhm. Ist stärker sein der Eigenschaftsunterschied, der das rechtfertigt? Guck mal. Nein, wir sind allgemein einfach, wir Menschen sind überlegener als die Tiere. Wenn wir, wie die Tiere, dann wäre das ja kein, wäre das ja nicht schlimm, weißt du? Aber, wir sind halt besser. Also, verstehst du? Wir sind einfach, wir können das einfach. Wenn die Tiere das können, wäre es ja auch nicht schlimm. Aber, wir können das, wir haben es ja getan, nicht die Tiere, weißt du? Mhm. Also, ist der Eigenschaftsunterschied überlegener sein? Ja. Ja, okay. Wenn man jetzt, wenn jetzt Aliens kommen würden, die wären überlegener als wir, dürften die uns dann aus deiner Sicht durch den Fleischwolf drehen? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Also, das Entertainment nochmal von deiner Position. Es ist okay, wenn Aliens auf den Planeten kommen, die uns offensichtlich überlegen sind, weil die aus dem Weltraum kommen. Äh, die dürfen zum Beispiel... Also, guck mal, wenn... Einen Moment, einen Moment, ich muss ausführen. Äh, die, äh, kommen dann auf den Planeten und zu einem Kindergarten zum Beispiel sammeln, so 100 spielende Kinder ein und schmeißen die in den Fleischwolf. Äh, damit bist du okay, weil die uns überlegen sind, korrekt? Da muss man ja nicht jetzt so sagen, du sagst das so extrem, weißt du, was ich meine, so... Oh, das ist das Entertainment, das aus deiner Position folgt. So, wenn die halt einfach, guck mal, wenn die, wenn wir keine Chance gegen die haben, weil Tiere können ja auch nicht sagen, ja, ey, bitte, bitte, töte mich nicht. Weißt du, was ich meine? Töte mich nicht. Die können ja nicht reden, so, verstehst du? Wenn wir keine Chance haben, uns zu sagen, ja, ne, töte uns nicht, dann sind wir auch tot, so, weißt du, dann sind wir weg. Aber wir sind ja Menschen, wir können reden, so. Das war ja nicht die Frage. Was war denn die Frage? Ob überlegener sein der Eigenschaftsunterschied ist. Ja, ist er ja. Ja, also dürfen die Aliens uns essen? Nein, nicht wir. Also wir können ja auch uns, wir können ja sagen, töte uns nicht, wir können ja gegen die kämpfen, so, vielleicht. Darum geht es ja nicht, es geht um deine moralische Position, also du betrachtest die Position, äh, du betrachtest die Welt von außen, wie die Aliens auf die Erde kommen, bist du okay damit, dass die Aliens uns farmen und aufessen? Weil die sind uns überlegener. Wenn sie überlegener sind, ja, was will man dann tun? Ja, die Frage ist nicht, was will man dann tun, die Frage ist, ob du es moralisch findest. Ja, ich hab doch gerade ja gesagt. Ja, ist klar. Ja, ich frag mich, ob wir, also der hat einen Eigenschaftsunterschied genannt, der ist überlegener und ist konsistent geblieben, also, ja, das Alien-Redaktio gebracht. Ja, also die Gespräche werden immer schlimmer, also, Absolut ekelhaft. Also, schon wieder jemand, der nicht an Menschenrechte glaubt, der erzählt wirklich, dass Menschen ihre, all ihre Rechte verlieren, weil Aliens kommen, die uns überlegen sind. Also, ich weiß nicht, was, was mit den letzten Leuten, die hier auf der Stage waren, was mit euch los ist, also, äh, wie hart man auf den Kopf gefallen sein muss, das ist absolut unglaublich. Also, meine Antwort auf das Aliens-Szenario ist, nein, die Aliens dürfen uns nicht essen, wenn die uns überlegen sind, weil wir Menschen möchten leben. Also, ich möchte leben. Und ich möchte nicht leiden, und der darf auch keine Kinder einsammeln durch den Fleischwolf drehen, weil die Kinder leben wollen. Und die wollen nicht, keine Schmerzen spüren, deswegen, äh, begehen die Aliens Rechtsverletzungen, deswegen ist es falsch. Aber okay. Äh, es bringt nichts, mit Menschen zu reden, die nicht an Menschenrechte glauben. Also, hier geht es um Tierrechte auf der Stage, und die Leute, die hier hochkommen, die glauben nicht mal an Menschenrechte. Sobald Aliens kommen, verlieren die Menschen ihre Rechte. Äh, okay. What in the fuck? Alright. Also, laut mir verlieren die Menschen nicht ihre Rechte, wenn Aliens auf den Planeten kommen. Das bedeutet, dass ein Teil davon ist, die Aliens dürfen uns nicht essen. Ne? Finde ich gut. Alright.